Eine Frühgeburt ist eine Geburt eines Kindes vor 37 plus 0. Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen und alle Kinder, die vor 37 plus 0 geboren sind, gelten als Frühgeburt. Da gibt es aber verschiedene Kategorien. Die Lebensfähigkeit fängt ja in der 23 plus 0, 23 plus 5. Schwangerschaftswoche überhaupt erst an. Und diese Kinder sind extrem empfindlich und brauchen sehr viel neonatologische, also kinderärztliche Betreuung bis mindestens 28. Woche. Dann gibt es eine Zeit zwischen 28. und 34. Woche, wo die Kinder auch noch intensivmedizinische Betreuung brauchen sehr häufig, aber nicht in ihren grundsätzlichen Lebensqualitäten schwerst beeinträchtigt sind. Und dann gibt es die späten Frühgeborenen zwischen 34. und 37. Woche, die oft nur milde Unterstützung brauchen, die aber zum Beispiel die Wärme nicht gut halten können, den eigenen Blutzuckerhaushalt noch nicht regulieren können und die Gott sei Dank nur noch ganz selten Atemstörungen haben. Atemstörungen Atemstörungen